Herzlich willkommen zum zweiten Video hier auf diesem Kanal zu wollen gleich ich bin alle Mitte mehr gleich du ja wir haben es 11 Uhr abends vergleich schreit rum die Nachbarn denken sich mein Gott kaum genug ein gut zwei wo es drei wo es genug oben in seiner ab er hat sich selbst gebucht dieser vollpfosten Habe ich, ja, ich habe Good Dark, mein Kollege So, Moment, ich benutze jetzt die Briebombe Für ihn auf, sein Team Das ist ein Lama Jo, können wir uns erst mal ein Lama, oder? Oh, ist das dein Ernst? Ich habe, Mann, ich kriege jetzt sowieso Mads Was bringt das Team? Na gut, er weiß halt natürlich nicht, dass ich ein Lama habe Dahin wird auch noch geschossen Ja, es wird überall geschossen, ja, ich Ich habe einen Schack, 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 egal Ich gehe jetzt mal hier runter So, kommt, ab nach vorne Der Gegner kommt zu dir Für mich Hält Haben ihn 46 gegeben Ist das bei mir im Haus? Ja, ist er Was für doch, oder? Was sind? Was sind? Ne Ich habe ihn laufen gehört, aber Da habe ich ein Problem Es geht die Tür auf? Moment Ich bin alle, dass der hier irgendwo drin ist, wahrscheinlich Ne, da ist er nicht drin Hier nicht Oder soll, da oben Moment Ist er jetzt oben? Ja Safe Ich habe eine Trap Soll ich dir die geben? Ne Kannst ihn strecken dann Trap? Ah, ich habe zwei Trap Hä? Wo sind wir hin? Komm her Das ist wahrscheinlich hinten wieder raus Ich glaube, der ist hinten raus Ich glaube, der ist hinten raus Ich schätze mal, der ist hinten raus Guck mal, hier hinten Ja, hinten ist die Tür offen Der ist hinten raus Ja Die Frage ist, wo ist er hin? Das war alles Das war alles Das war alles Was hört sich das an Das war alles Habe ich die auseinander genommen mit diesem Revolver? Boi, boi, boi Das schießt schon gar jemand auf mich Was gibt's doch gar nicht? Ooooooh Komm, du hast noch kurz die Zeit um dein Team mehr zu holen Wo bist du? Nee, du bleibst trotzdem hier Ich finish dich schon nicht Ja, der ist ja tot Dein teammate hatte ich anscheinend nicht mehr gerettet Was nassi, mate Mit dem würd ich nicht mehr spielen Da kommen welche geflogen Was? Hinter uns Um uns hoch, high ground Wir haben high ground Ich spal kaum neben, ich muss Ich spal kaum neben, ich muss Ich spal kaum neben, ich muss Oh mein Gott Oh mein Gott Den hab ich Nice Nice GG Komm Komm mal raus Pump, ey Hi Hast du ihn, ja Ich hab wieder nicht gewartet, bis die Trap geht Ich nehm dich die Combit Ich nehm dich die Combit Ich nehm dich die Combit Ich weige mal nicht die Combit zu nehmen Das ist deine Trap, ja Ja Ich hab wieder mal, ich hab wieder mal nicht gewartet, bis die Trap ausgelöst hat und ich hab mich vorher getötet Den hab ich schon noch einen Hit gedrückt Dem hab ich schon noch einen Hit gedrückt Ist egal, ich hab ihn Ich hab ihn nicht aufbauen Ja Kleiner, ich will dran, klar Oh, da sind Minis Die brauch ich Okay Da kommt noch ein Baller Alter Ich hab ihn gefallen In meine Ist der doof Hab ich ihn hit? Oh mein Gott, nee Minigunplayer Gibt's das überhaupt noch einen? Ja Auf geht's Das ist eine Trap Das gewann O HAL Ich hab ihn auch noch einen Hit gedrückt Oow Ich habe keinen Schild, ne? Hab ich 36 gedrückt? Ja, genau, ja! Ich kann keinen Krieg an den du nicht gewinnen kannst. Mach ich nochmal! Ja! Ha! Outplayed! Er hat Minis dabei gehabt und hat seinen T-Mate kein einziges Ding abgegeben. Er hatte Minis dabei gehabt und hatte seinem T-Mate kein einzigen abgegeben, obwohl er kein Schild hatte. Was? Ein... Ist das mein Glider redeployant? Ich habe eins. Ich habe welches. Kann ich ja versuchen mal runter zu schießen. Hit auf den Fuß. Der holt alles runter. Ich weiß, ich habe leider die Blomme. Dem habe ich einen Hit gedrückt. 77er. Muss Pressure machen. Er macht eine Trap. Er hat sich selbst genockt. Sehr geil. Ich brauche die Trap. Brauche die Trap, ja genau. Die Sohn! Die Sohn! Ich muss nur einmal gehen zu werden von der Sohn, ich bin tot. Echt? Du hast Geiter wie die Bäume, oder? Ja. Ja, die... Diese... Was? Die sind nette Menschen, meinst du? Ja. Ja. Er zieh dich bitte. Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe und ich lass dich in Ruhe, ja? Du hast echt deinen High Ground aufgeben? Musstest du! Nein, der Typ! Alter! Oh, bruh. Boah, der ist jetzt da. Futsch! Dicke, du mit deiner Combat! Dicke, willst du mich veräppeln?! Hohohohoho Das ist's eine Wand? Ne schso, das ist meine Sehr gute Hände Nerf której nicht Junge! Was ist so falsch bei dir? Hast du über dir? ?! ja ich habe alles so über mir Ja so hat er mich doch vorhin auch gekommen ich hab ein ganz anderer bekommen du bist so eine Nervensäge natürlich schließt du auf mich das macht doch Sinn immer auf den Hand sofort gehen schöner Hit das war eine Ansage ich werde es trotzdem verlieren ich kann es ja nur verlieren ich hab kein Material mehr war nicht zu lange rum genau ich muss ihn doch flischen komm ja pack dich da rein ne das ist ein Duo oder? ja ich hab ein das war ein das war ein das war ein das war ein G zu dem G wenn es euch gefallen hat dann wie mein Daumen nach oben, schreibt was in den Kommentaren, abonniert den Kanal und schaut auf meinem Instagram vorbei und folgt mir da auch gerne mal dann wisst ihr schon immer früher wenn die Videos online kommen bis dahin rein und tschüss